ja meine Freunde was geht ich mit euch Ömit und willkommen zu Trouble in Roblox Town ja und zwar ist das jetzt die Nachmachung von Trouble in Terrace Town das Spiel in also das Spiel in Garry Mode oh ja ich bin Trader gucken wir jetzt mal sofort in live oh da ist auch Trader Bruder ich hab das verdammt ihm zu messen ok ich te fülle ich te fülle Ich bin der Lütter da. Er ist noch Freund. Was macht er da? Ist er blöd? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Alter. Bist du bekloppt? Das war dir auf der Nummer einen Nenntschatz. Das wird davon nicht vergewertet. Oh scheiße. Diff. Diff. Spaß. Ei jungen. Ich habe das gemacht. wo ich ein zweiter Kollege bin. Kille. Ja. Ich hab Pissen alter Schüge. Spasti. Spasti. Kommen wir jetzt mal ein Reger. Ja und so hat sie nicht jeder sondern das hat jetzt nur die Leute. Ruhe, Ruhe. Ich bin ja noch. Ich bin ja schon. Ich bin ja schon. Ich bin ja schon. Nein! Was? 3 ja 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 schlampen aber auch dritter du musst es schon Prozent Prozent ja dann aber auch wieder zu sehen Prozent Prozent Niemann eine Zeit erwartet schrägte es wusste ich gar nicht so will man aus Ostern hier also wird noch mehr geklärt um was das eigentlich hier geht ja und da geht es jetzt hier es gibt drei Teams einmal also hier kann ich rot zu play zwei, blablabla da gibt es die Tektiv, Innocence and Traitors Detektiv must protect the Innocence also Detektiv müssen die Innocence beschützen they spawn with their also, wie sie kennen, ich hab Starting with us kann man ja auswählen das kriegen nur Traitor und Detektivs eins von denen they cannot tell who is their, also die wissen nicht wer ihre Freunde sind Innocence die die äh starten mit einer Crawlbar, die kriegen nur eine Waffe und sie müssen halt rausfinden wer der Traitor ist und die müssen halt mit den Detektivs arbeiten die können Waffen finden, aber auch Waffen kaufen die Traitors want to kill all Detektivs and Traitors, also Innocence also die Traitor müssen alle Innocence und Traitor killen bevor die Innocence und Detektivs killen ja und, scheiße, nein oh da, zwick, zwick, zwick ja 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 ich freue navigat ja yo ja 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 und ja ich Schatz. No. Wow! Scheiße, scheiße, jetzt sieht er schon die Gewalt-Laden-Ap-Chin. Ah! Warum? Ich werde da angeschossen, ich werde da angeschossen, ich werde da angeschossen! One, Two, Two, Three, Zero! One... Okay, Scheiße, jetzt! Ja, ja, ja! Da gehts, da gehts! Da ist die antibody in der Action! Und da ist Traitor. Oh mein Gott, da war mir einfach noch möglich. An arm für die der Landtag Liga 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 das war der Schluss in an Dirk das ist es ist es zuerst sich ins Dänken Daniella 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 und 1 Kehr End eher um in der Santschers ich habe gerade über niemanden in die Elisabeth und Zeit die Klinik die Klinik in die Klinik die Reganaktur nur zwei Punkten Schüttemberg auf dem Markt umgeheuern Hallo? Oh, Spasti! Dann bist du ein Traitor. Nein, nein. Okay, ich kann diesen Runde nicht sagen. Dann ist der Traitor. Nein. Loll. Ich kann hier die Sonne nicht mehr fahren. Mal sehen, wer alles noch blöd. Der Legner und... Minecraft-Elegner. Oh, fuck! Oh, man hätte das voll warm geworden. Scheiße. Oh! 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 Ich mach's lange mal Pause. Ich such's lange mal eine andere Sprache. Ich hab's mir versprochen. Ich versuch' jeden Tag was hochzuladen. Außer am Montag. Also morgen, also nächste Woche. Weil ich dann da nix hochladen kann. Weil ich dann Klassenfahrt bin... leider. Leider. Ich kann eigentlich sagen, wir sehen uns dann gleich wieder. Hier ein kleiner Sketch, um euch ein bisschen zu nerven. Das war ein Scherz. Vielleicht. Ich hab's mal gemacht. 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 Nein, dasellt以及 auf Ordnungen Jonas. Ich hab's mal gemacht. Das hoof. Das ist gut, dass man das FIRST持et. Von uns. Das ist wichtig. Das wird man ja zu leben. Es hat schnell ein Grad gedreht. jetzt machen hr um ja und zwar ist das was das ist jetzt ja vielleicht vermutet aber ja die zweite Spiele gibt es ja auch ich hab jetzt Prozent Prozent ich werde das nicht verraten einfach dann wenn ihr das sehen wollt guckt einfach Part 8 das werde ich jetzt äh Part 8 Nein Motherfucker Die Color, the base of America und das oder vielleicht wenn ich Zeit habe kann ich vielleicht beide sogar heute auch laden so mal so ein Special ist es, Entschuldigung das ist zu wenig Video zu haben muss gucken wieviel, wie lange das dauert ja geschafft bitte gleich kann ich dahin glitschen ja ihr seht es war nur ne kleine Obie nix so wie Part 3 und 4 oder 4 und 5 ah, die Runde schon vorbei ich muss kurz ne, oder? ne, hab keinen Bock ja und ja ja la 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 ja und komm jetzt zur letzten Runde die ich jetzt spielen werde doch auf mich bin ich bin ich geliebter und wenn nicht gut geht von mir äh tschüss du wie na du und dann tschüss nein äh ich kaufe dann mir auch so eine dieses Donner also ich kaufe mir dann halt zwei Waffen, wenn ich weiter bin damit bisschen heenshac tres wenig 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 ed reap ap und ich will mal austesten so ein innerzendal应 43 ich bin nicht ich bin nicht Michele Schreiber Michele Schreiber Michele Schreiber Michele Schreiber Ich bin die Bekleck, ich bin in unserem Índid Ich bin in unserem Índid Traitor! Okay, das war ne schnelle Runde! I have 100 wins! Also France-Round! Wie kam er? Warum bist du so behindert? Daniela und Sasa! Warum hast du das? Warum bist du so behindert? Warum ziehst du vor den Fick des Deine Waff Waffe, wenn wir so wenige waren? W-w-w-waffe! W-w-w-w-w-w-w-diftebeer If you not, two Buy it Oh, und ich war festig! Ich dachte, das machen wir. Hä, da ist ein Goose-T-Shirt drin! Ha! Oh, wusste ich doch, wusste ich doch! Ich war der King, ich war der King! Wenn er schon seine Shotgun rausgeht, dann muss er mich einfach töten, ne? Wie kann man so behindert sein? Also, ich hör auf alles, wie kann man so behindert sein? Ja, Mann, schon vor drei Innocence-Trips! Also, ein, zwei Detektors sind ein Innocence! Wenn er schon mal da rein tun will! Und der eine Shotgun hat! Und ich eine Mark II! Wie kann man so behindert sein, seine Mark II! Ne, wieder wegpacken, dann machen, als wär nichts! Und vorne wär' noch der einzige Traitor! Ich versuch' einmal später zu lernen, wenn ich die Sonne fälte werde! Mit an dieser Runde die Letzte! Ich hab's schon gesehen! Ich hab's schon gesehen! Äh, Semention! Ich hab's schon gesehen! 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 Oh, oh, fuck, fuck, fuck! Was? Du machst du? Uh! Oh! Oh, daze! Your cloth! Yes! Oh, loo, wo ist der? Ich bin tot. Aber scheiß drauf. Ich bin so Ümit, gebt einen Daumen hoch auf dieses Video. Dann teilt es, zeigt seinen Freunden, nutscht mir ein. Das war nur nicht jetzt. Ja, wenn er so behindert ist, mich anschiebt. Motherfucker. Okay, tschüss, ich nehme jetzt die andere Runde auf, die ich schon gesagt habe. Andere, was ich jetzt zeigen will und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.